So, wir werden jetzt eine ukrainische Spezialität essen. Ich glaube sogar etwas, was es nur hier in Kiew gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich habe das auch richtig verstanden. Es gibt es nur hier und nur hier und es ist die Spezialität schlechthin. So wie eine Wurst im Teigmantel. Das ist das, was unsere Kiew-Expertin Lena als Studentin hier gegessen hat und sie holt uns das jetzt. Und dann wird sie uns nochmal genau erklären, was das ist. In dieser kleinen Bude hier gibt es das. Nur hier in dieser Bude in Kiew. So Lena, jetzt erzähl uns bitte noch mal, was genau essen wir jetzt? Wir essen jetzt Kiewska Prypichka. Das ist in der Ukraine eine richtige Spezialität aus Kiew. Und das gibt es nur hier? Nur hier. Und ist lecker? Lecker. Und man trinkt die Tomatensaft dazu? Tomatensaft dazu. Mit Wodka? Es kommt drauf an, welche Stimmung hast du. Bei mir ist immer Wodka Stimmung. Lena, was war das für ein, was war das für ein Diplom eben in dem Laden? Das ist ein Diplom von Treviso. Und das heißt? Das ist ein Preis, ja, für Touristen. Das heißt, das ist ein bewiesener Tourist, ein Highlight, ein Sightseeing. Das ist ein Highlight. Dankeschön. Ein bisschen wie eine Pizza-Kalzone. Mein Mensch. estão. Gitarre Cheysen. Lampot. K О, am Tord. Untertitelung des ZDF, 2020